Hallo und herzlich willkommen. Bewegte und bewegende Momente, dafür sind wir heute zuständig bei Wissen, was bei Diabetes zählt, gesünder unter 7+. Ich bin mir sehr sicher, dass Sie diese Aktion kennen, aber in dieser Form kennen Sie eben diese Aktion noch nicht, denn wir sind digitaler, wir sind virtueller, wir sind interaktiver denn je. Mein Name ist Markus Appelmann, ich freue mich, dass ich heute wieder mit an Bord sein darf, dieser Aktion, aber die Hauptrolle spielen ganz klar Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und deswegen möchte ich ein Hallo senden an alle Zuschauer bei den Social-Media-Kanälen in der Blood Sugar Lounge, aber eben auch auf der Plattform Wissen, was bei Diabetes zählt, gesünder unter 7+. Ja, Sie stellen heute die Fragen, wir haben uns gut eine halbe Stunde Zeit genommen und wollen in aller Kürze Ihre Antworten liefern, ganz konkrete Antworten von den Expertinnen und Experten, die mit an Bord sind. Und da möchte ich, Ladies first, Andrea Klimtke-Hübner als erstes begrüßen von Sanofi. Herzlich willkommen, Frau Klimtke-Hübner. Hallo, Herr Appelmann. Dann auch ein Hallo an Dr. Carsten Mielek, ein Mann, der für seine Diabetesverdienste, für sein Engagement das Bundesverdienstkreuz bekommen hat und der heute wieder mit an Bord ist, Dr. Carsten Mielek aus Sachsen-Anhalt. Guten Tag. Und last but not least, Professor Dr. Matthias Blüher, Diabetologe am Universitätsklinikum in Leipzig, der uns auch schon oft Rede und Antwort gestanden hat, er ist auch heute an Bord, um Ihre Fragen zu beantworten. Hallo, Herr Appelmann. Ja, und wir sind ja gerade bei der Vorstellungsrunde, deswegen nehmen wir noch einen Namen dazu. Volker Vogt, er ist Künstler, er ist Graphic Recording Künstler. Wenn Sie jetzt da ein kleines Fragezeichen über dem Kopf haben, das ist ganz einfach. Er wird all das, was in den nächsten 30 Minuten Thema bei uns ist, in seine Sprache übersetzen und seine Sprache ist die Bildsprache. Das heißt, wir werden am Ende unserer ganzen Talkrunde ein tolles Gesamtkunstwerk haben und da sind wir auf jeden Fall dann auch schon mal gespannt, was uns Herr Vogt zum Besten geben wird. Ich habe gerade eben gesagt, wir wollen die Bilder auch sprechen lassen und da ist uns gerade auch wichtig, dass wir bei Wissen, was bei Diabetes zählt, gesünder unter 7 plus eine einfache Sprache, eine verständliche Sprache wählen. Und deswegen gibt es jetzt auch ganz aktuell neue Erklärvideos zum Thema Diabetes und zum Thema Insulin und da wollen wir Sie gerade mal ein paar Sekunden reinschnuppern lassen, damit Sie verstehen, um was es da geht. Insulin ist ein lebensnotwendiges Hormon, das von den Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse hergestellt wird. Eine kleine Menge Insulin wird den ganzen Tag kontinuierlich von der Bauchspeicheldrüse abgegeben. Wenn wir essen, wird mehr Insulin in den Blutkreislauf abgegeben, wo es der Glucose aus der Nahrung hilft, in die Zellen zu gelangen, um als Energie genutzt zu werden. Ja, das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus den neuen Erklärvideos von Sanofi. Ich möchte ganz kurz Andrea Klimke-Hübner zu Wort kommen lassen. Frau Klimke-Hübner, wen möchten Sie denn mit diesen Erklärvideos, die so einfache Sprache benutzen, wen möchten Sie da erreichen? Die Videos sind natürlich für alle Menschen mit Diabetes, aber auch für die Angehörigen. Ich will mal sagen, für alle, die sich für das Thema Diabetes interessieren. Zurzeit gibt es zwei Videos. Das eine ist eben, was ist Diabetes? Es gibt ein zweites, was ist Insulin? Und wir bereiten gerade weitere vor. Man hat ja schon gesehen, das Ganze eher mal bunt, eher auch ein bisschen gezeichnet, so, dass wir das Thema verständlich rüberbringen können und die Information, dass es auch Spaß macht, zuzuschauen. Also weitere Folgen, die beiden, die es jetzt gibt, sind auf der Website von Gesunde unter sieben oder auch in der Blatt-Shooker-Lounge zu finden. Ja, danke soweit, Frau Klimke-Hübner. Wir möchten uns ganz zu Beginn einem aktuellen Thema widmen. Ein Thema, wo es auch schon die ersten Fragen zugibt. Deswegen wissen wir, das interessiert Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es geht um die aktuelle Situation und um das Coronavirus. Ganz viele Fragen gibt es dazu. Und deswegen möchte ich an Dr. Matthias Blüher die erste Frage stellen. Wann gelten denn Menschen mit Diabetes als Risikopatienten? Prinzipiell ist das eine ganz schwierige Frage, die man wissenschaftlich oder medizinisch beantworten kann. Und da ist ganz klar, dass Diabetes, im wesentlichen Typ-2-Diabetes, ein Risikofaktor für schwere Verläufe mit der Covid-19-Erkrankung ist. Und damit müssten formal alle Menschen mit Typ-2-Diabetes als Risikopersonen eingestuft werden. Nun kann man noch ein bisschen abstufen, weil es ja jetzt zunehmend wissenschaftliche Daten gibt, die zeigen, dass die Güte der Blutzuckereinstellung eine große Rolle spielt. Das Alter spielt eine Rolle, weitere Begleiterkrankungen wie vor allen Dingen das krankhafte Übergewicht und Bluthochdruck. Und je mehr von diesen Risikofaktoren für schwere Covid-19-Verläufe zusammenkommen, desto höher das Risiko. Die kurze und pauschale Antwort wäre, Patienten mit Diabetes sind Risikopatienten. Das ist schön, dass Sie es so verständlich und so klar auf den Punkt bringen. Eine Frage noch dazu. Wie ist es denn während der Corona-Pandemie um die Versorgung der Patienten, der Menschen mit Diabetes bestellt? Ich glaube, Dr. Mielek und ich können das aus unterschiedlichen Aspekten beantworten. Ich fange kurz an, weil ich ja so den Klinikbereich überblicke. Wir haben mit Sorge festgestellt, dass viele Menschen sich nicht getraut haben, ins Krankenhaus zu kommen, weil wir als Hotspot gelten. Und damit wurde quasi die Blutzuckereinstellung ein bisschen schleifen gelassen. Auch die Gewichtsproblematik spielt eine Rolle. Meine Patienten haben zwischen drei und fünf Kilo im letzten Dreivierteljahr im Mittel zugenommen. Klar, Bewegungsprogramme waren nicht möglich. Die Schwimmhallen waren zu. Auch die Situation im Lockdown macht Menschen traurig, depressiv. Das alles führt dazu, dass die Blutzuckereinstellung schlechter ist, Menschen unzufrieden werden. Deswegen mein Aufruf. Nutzen Sie die Möglichkeiten von Telefon- und Videosprechstunden. Und wenn Sie sich schlecht fühlen, wenn Sie Brustschmerzen haben, wenn Sie eine offene Zehe haben oder eine offene Stelle am Fuß haben, gehen Sie zum Diabetologen. Wir sind für Sie da. Wir halten sozusagen die Stellung und wir sind ansprechbar. Also keine Scheu. Wir passen in den Krankenhäusern, soweit das geht, auf, um Infektionen zu vermeiden. Das Schlimmste ist, dass Sie nicht kommen, weil Sie denken, die Gefahr ist größer im Krankenhaus als die, die von Ihrem Diabetes-Komplikationen ausgeht. Ja, wir sind da für Sie. Die Botschaft also von Professor Blüher. Sie haben Herrn Mielek gerade eben schon ins Gespräch gebracht. Ein Arzt, der als Diabetologe sehr viel auch mit den Kids arbeitet. Der Kids-Kurs ist vielen bekannt. Wir haben es auch schon ganz oft hier im Rahmen der Aktion Gesunder unter sieben vorgestellt. Deswegen auch eine spezifische Frage in Richtung Kinder. Herr Dr. Mielek. Steigt denn bei Kindern im Lockdown das Risiko für Stoffwechselentgleisungen? Das müssen wir richtig bejahen. Es ist immer schwierig. Es gibt ganz viele Geschichten zu Covid-19, die dann auch durch die Zeitung gehen. Und so haben wir uns auch gefragt als Diabetologen und auch die pädiatrisch tätigen Diabetologen. Stimmt das wirklich? Denn Einzelfälle sehen wir natürlich. Aber den Überblick, und das ist das Schöne in Deutschland, da gibt es ein Register, da gibt es eine ganz engagierte Gruppe, die die pädiatrischen Kinder überwachen. Und die haben genau geguckt, März, April, Mai vorigen Jahres, stimmt das? Und leider muss ich dem sehr zustimmen. Es gibt eine sehr schöne Untersuchung dazu. Und zwar Größenordnung von 84 Prozent mehr Ketoacidosen. Jeder Typ 1 weiß, was eine Ketoacidose ist. Das ist schon dramatisch. Und dann auch noch schwere Ketoacidosen, 45 Prozent mehr in diesen Monaten. Sodass ich sagen muss, das ist eben ganz wichtig. Die Kinder haben einen völlig anderen Tagesablauf. Es geht eben nicht so mit der Schule und auf dem Schulhof rumrennen oder so, sondern man sitzt zu Hause und da ist der tolle Computer. Die beschäftigen sich schon. Und die finden auch noch Chips an irgendeiner Ecke. Und da verändert sich der Stoffwechsel. Und dann hat man die Sorge, man will nicht in die Praxis kommen oder, oder, oder. Aber das war sozusagen vor nun gut einem Jahr. Ich will jetzt gar nicht, sondern ich denke, wir haben da Angebote entwickelt. Ich hoffe, dass wir, wenn wir jetzt nachgucken werden, ein anderes Ergebnis sehen werden als dort. Aber die Warnung muss da sein. Bitte, bitte überwacht euch viel intensiver. Nutzt auch die Tests eben nicht nur für den Blutzucker, sondern eben auch nach Ketonkörpern zu forschen, wenn ich mich mal nicht fühle. Ja, das sind ganz klare Informationen von einem, der weiß, um was es geht. Wissen, was bei Diabetes zählt? Die Aktion geht gesünder unter 7+. So heißt unsere Aktion. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie dürfen gerne Fragen stellen, die wir gleich in fünf Minuten beantworten werden. Erstmal nehmen wir noch diesen Slogan sozusagen in den Fokus, die 7. Und deswegen eine Frage an Sie beide. Zunächst an Professor Blüher mit der Bitte um Kürze. Welchen Langzeitblutzuckerwert sollten denn Menschen mit Diabetes in den Fokus nehmen? Die Aktion heißt nicht umsonst gesünder unter 7. Das kann man voll unterstreichen. Ich bin von fast den Anfängen mit dabei und habe gesehen, wenn man zufällig den HbA1c in einem Einkaufszentrum misst, wie erstaunt Menschen waren und wie erstaunt sie auch waren, wie einfach die Botschaft ist. Gesünder unter 7. Mehr muss man, glaube ich, gar nicht sagen. Herr Dr. Mielek, würden Sie das genauso unterschreiben? Ja und weitersetzen. Bei der Gruppe der Typ-1-Diabetes-Patienten müssen wir vielleicht mitnennen und auch gesünder über 70. Und zwar wäre das dann aber im Zielbereich. Wir haben die Area Under the Curve, den Blutzucker im Zielbereich. Die Patienten haben fast alle eine kontinuierliche Blutzuckermessung zur Verfügung. Und da sehen wir sozusagen als Video jeden Wert. Der HbA1c ist wichtig. Der wird auch lange Bestand haben. Aber wir werden eine zweite Zahl hinzusetzen. Und alle, die das selber als Erkrankung haben, wissen auch, was ich meine. Also deshalb vielleicht auch noch gesünder über 70. Okay, vielen Dank für die kompakten Antworten. Wir haben ja gesagt, wir sind virtueller, digitaler, interaktiver. Und deswegen werfen wir mal ganz kurz einen Blick auf unsere Live-Zeichnung von Volker Vogt und sind einfach mal gespannt, wie weit er denn schon ist, um dann später auch mal den Gesamtblick darauf zu werfen. Wir sehen, wie da gearbeitet wird und wie die ersten Botschaften von Professor Blüher und Dr. Mielek schon übersetzt werden, in Anführungsstrichen, in dieses Bild. Ja, gleich schauen wir, wie gesagt, noch einmal vorbei. Zunächst aber sind Ihre Fragen an der Reihe, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und da hat sich Carolin aus Hamburg gerade bei uns gemeldet. Mein Lebensrhythmus, schreibt sie, hat sich durch Corona geändert. Arbeit im Homeoffice, weniger Bewegung. Das können wir, glaube ich, alle sehr gut nachvollziehen. Welcher Blutzuckerwert ist anzustreben, fragt sie Professor Blüher. Ich glaube, da können wir kurz antworten, weil wir das Thema gerade eben schon mal hatten. Ja, also das ist leider doch gar nicht so einfach zu beantworten, weil das natürlich davon abhängt, über welche Tageszeit wir sprechen, ob wir körperlich aktiv sein wollen, ob wir gerade gegessen haben. Wichtig ist, was Dr. Mielek gesagt hat, diese Zeit im Zielbereich. Wir wollen natürlich auf der einen Seite zu hohe Blutzuckerwerte verhindern. Und da wünscht man sich natürlich immer alles so, was so unter 7,8 Millimol pro Liter ist. Aber wir wollen auch zu niedrige Blutzuckerwerte, weil die natürlich akut Sorgen machen und Beschwerden machen, vermeiden. Das heißt, das Optimum liegt wahrscheinlich so irgendwas zwischen 4,5 und 7,8 Millimol pro Liter am Tag, so wie es bei einem Stoffwechselgesunden ungefähr wäre. Ich habe gerade eben schon gesagt, Coronavirus und Diabetes ist ein Thema, das viele derzeit umtreibt, auch die Menschen, die uns gerade zusehen. Und so hat sich Peter aus Bonn bei uns gemeldet. Er schreibt, ich bin 35 Jahre und Typ-1-Diabetiker. Wann kann ich, ganz konkrete Frage jetzt an Dr. Mielek, mit einer Corona-Impfung rechnen? Ich bin mal gespannt, ob Sie da so konkret überhaupt antworten können. Ja, ich würde sehr gerne antworten. Sie müssen ganz schnell daran sozusagen kommen. Da drücke ich allen die Daumen. Aber es ist vom Gesetzgeber jetzt natürlich erst noch mal was festgelegt worden, weil wir einfach nicht genug Impfungen haben. Ich finde es erst mal schön, dass die Fragestellung kommt, dass ich sage, wann kann ich geimpft werden? Weil das ist unumstößlich. Ohne Impfung haben wir keine Chance. Und gerade diese Risikogruppe, für uns ist das eine Risikogruppe, der Typ-1- und Typ-2-Diabetes, die müssen natürlich geimpft werden, so bald wie möglich. Und deshalb muss er da mit seinem behandelnden Diabetologen, wir können das so ein bisschen verschieben, sprechen, dass da vielleicht mal der Stoffwechsel angeguckt wird und bewertet wird, ob man da in der Risikogruppe dann entsprechend eingesetzt werden kann. Leider kann ich ihm nicht sagen, wann er rankommen kann. Ich bin hier in einer Schwerpunktpraxis, in einer ländlichen Gegend. Und auch bei uns spielen sich sozusagen Szenarien ab, über die ich nicht glücklich bin. Und wo wir jeden Tag, auch in meiner Arbeitszeit, jetzt sozusagen das Wort Corona, die Impfung, kostet jedes Mal Zeit, das zu erläutern. Herr Professor Blüher, eine kurze Zusatzfrage. Hat uns Peter aus Bonn, wie gesagt, 35 Jahre Typ-1-Diabetiker noch gestellt. Die will ich an Sie geben, Herr Professor Blüher. Welcher Impfstoff ist der beste für mich, fragt er. Alle, die zugelassen sind, sind die Besten. Letztendlich ist alles gefährlicher als keine Impfung. Man muss abwarten. Wir lernen ja sozusagen mit dem Impfen erst die Nebenwirkungen kennen. Das haben wir gerade schmerzlich bei Astra erfahren. Es gibt wissenschaftliche Studien und es gibt wissenschaftliche Vorarbeiten, die dazu geführt haben, dass Impfstoffe in Europa und den USA zugelassen werden. Und alle, die zugelassen sind, sind erst mal sinnvoll. Es gibt keinen besten und schlechtesten Impfstoff. Es ist ja eh so, dass jeder Mensch individuell reagiert. Wir haben uns mal angeguckt, was passiert bei Mitarbeitern, die mit Biontech geimpft worden sind. Da schwanken die Antikörperantworten zum Teil um das Zehnfache. Und dann kann ich ja auch nicht sagen, es hilft bei dem und dem nicht so gut. Also wichtiger ist, überhaupt zu impfen als die Auswahl des Impfstoffes. Ja, Herr Professor Blühe, da kommt gerade auch noch eine ganz aktuelle Frage von Gerhard rein. Er hat nur den Vornamen genannt. Gibt es Wechselwirkungen zwischen Covid-Impfstoffen und Insulin, fragt er. Nein. Ganz klar. Gut. Dankeschön. Bis dahin haben wir jetzt die Zuschauerfragen gehabt. Wir kommen aber gleich nochmal zurück. Deswegen darf ich Sie ermutigen und ermuntern, uns weiter Ihre Fragen zu stellen, damit wir die im interaktiven Experten-Talk von Wissen, was bei Diabetes zählt, gesünder unter 7 Plus dann auch weitergeben können. Ja, Andrea Klimtke-Hübner von Sanofi ist mit dabei. Mittendrin statt nur dabei, würde ich fast schon sagen, die ersten Minuten unseres neuen digitalen Formats laufen. Warum war Ihnen, Frau Klimtke-Hübner, so wichtig, in diesen Zeiten, in diesen bewegten Zeiten auf die Menschen zuzugehen? Was ist Ihre Botschaft? Naja, die Aktion gibt es seit 2005. Sanofi hat die damals initiiert. Wir führen die Aktion gemeinsam mit Partnern durch. Und wir sind alle überzeugt, dass wir gerade jetzt, und die Fragen, die Sie gerade stellen, die zeigen es ja, dass wir natürlich gerade jetzt auch nicht aufhören dürfen, weiterzumachen. Diesen Zeitpunkt gab es auch in den letzten 16 Jahren noch nie, denn der Informationsbedarf ist sehr, sehr hoch. Es gibt immer wieder aktuelle Themen, die besprochen werden müssen. Und deshalb machen wir natürlich immer weiter. Und wir sind froh, dass wir die Blood Sugar Launch haben, die uns als Partner in diesem Jahr begleitet, um zumindestens virtuell auch solche Gespräche durchführen zu können. Darüber hinaus haben wir einiges an Unterlagen bereit. Eben die Filme, die wir schon gesehen haben, Broschüren, die man jederzeit abrufen kann. Ja, Informationen sind wichtiger denn je, sagt Andrea Klimtke-Hübner von Sanofi. Wir haben gerade eben schon über die gute Blutzuckereinstellung gesprochen. Für diese gute Blutzuckereinstellung spielen neben der medikamentösen Einstellung zwei weitere wichtige Säulen eine Rolle. Und das ist Bewegung und Ernährung. Professor Blüher, nehmen wir erst mal den Punkt Ernährung. Wir haben ganz viele Menschen, die derzeit im Homeoffice sind. Und da ist der Schreibtisch direkt neben dem Küchentisch oder vielleicht auch direkt in der Küche drin. Wie schafft man es da, sein Leben zu strukturieren? Ja, Herr Pernmann, ich glaube, man schafft das nicht. Also ich muss mir da auch an die eigene Nase fassen, was so die Ernährung betrifft, ist das ein riesengroßes Problem. Und die Wechselwirkung zwischen eingesperrt sein im Homeoffice, quasi neben den Verlockungen des Kühlschranks, gleichzeitig aber depressiv gestimmt zu sein und zu wissen, dass das Essen in manchen Fällen ein hervorragendes Antidepressivum ist. Das macht uns die Kontrolle sozusagen über unser Essverhalten echt schwer. Also ich kann meinen Patienten nicht vorwerfen, dass sie ihr Mittel zwischen drei und fünf Kilogramm zugenommen haben im letzten Jahr ungefähr, weil ich selber nachvollziehen kann, was es bedeutet, unter diesen schweren Bedingungen zu leben. Natürlich kann man Empfehlungen mit auf den Weg geben. Das Wichtigste ist eine Tagesstrukturierung. Das Wichtigste ist außerdem, dass man eben gezielte Phasen der Erholung einbaut, Pausen einbaut und sich auf das Essen konzentriert. Also Snacken ist Gift. Wir müssen uns vor Augen halten, dass, wenn es nicht aus medizinischen Gründen notwendig ist, Zwischenmahlzeiten einzuhalten, dass man sich zu Tisch setzen soll, nicht mal neben einer Computerkonferenz essen darf, sondern Mahlzeiten einhalten, idealerweise mit der Familie und dann aber eben auch Pausen einzuhalten und auch Pausen zu machen, die man sich für ganz gezielte Bewegungsmaßnahmen gönnt. Viele meiner Patienten haben sich Apps angeschafft oder haben sogar Fitnessuhren. Aber da ist ja Dr. Mielek der Experte, wenn es um Bewegung geht, glaube ich, oder? Ja, da gehen wir aber direkt weiter an Herrn Dr. Mielek, der ja gerade eben dieses Snacks ist Gift auch schon unterstrichen hat mit seinen Chips, die er ausgepackt hat sozusagen. Was heißt denn Bewegung? Was heißt denn Sport treiben? Ja, das ist vielschichtig, ja. Also der Patient, also das ist schon die Gartenarbeit, die ich nutzen kann. Also wir bemerken im Stoppwechsel, dass wir jetzt in eine bessere Zeit kommen, weil die Patienten in den Garten gehen. Aber selbst in meinem privaten Umfeld war das so, auch uns ging das so. Und wir haben also einen Weg gesucht. In unserer Nähe sind verschiedene Seen. Und wir sind tatsächlich mit dem Fahrrad dann, bin ich mehr gezwungen worden, muss ich ehrlich sagen, von meiner Frau, um den See zu fahren. Und der erste See, der war 6,7 Kilometer die Runde, ja. Und mittlerweile ist das die Runde um den Geiseltalsee, das sind 27 Kilometer, wo ich mich aber öfter drücke. Das gebe ich ehrlich zu. Und da geht es schon los, ja. Dass man also einen Rhythmus hat, sagt, Sonnab, mach mal wieder diese Fahrradtour. Oder wir gehen diesen Einkauf und doch zu Fuß und laufen dort mal ein paar Meter. Wir gucken nach, was unsere Kinder machen. Und das rate ich dann auch den Patienten, ja. Dass es wirklich so Fitnessuhren sind, ganz toll. Aber da kam ein Patient und überraschte mich da mit 16.000 Schritten. Der hat einfach getrommelt, ja. So hat er mir danach gesagt. Er wollte mich erst überraschen. Also wir müssen, der innere Schweinehund, der muss gerade bei körperlicher Aktivität, wir haben es schwer. Diese Erkrankung tut am Anfang nicht weh. Und alle Sachen, die wir machen, ja, nicht ordentlich, da essen so viel und viel bewegen, das ist schwer. Und das geht nur über Schulung, Beratung und Verständnis für die Erkrankung beim Patienten bekommen. Und dann alltägliche Algorithmen entwickeln. An diesem Punkt, liebe Expertinnen und Experten, spulen wir ein bisschen zurück, nämlich genau 100 Jahre. 100 Jahre Insulin, der Wendepunkt in der Diabetesgeschichte. Wenig später hat Sanofi das erste Insulin auf den Markt gebracht und seitdem unterstützt das Gesundheitsunternehmen Menschen mit Diabetes. Frau Klink-Hübner, zu diesem Jubiläum 100 Jahre gibt es und gab es auch schon ein paar Tweets. Insgesamt werden es 100 sein. Ja, genau. Wir möchten gerne diese Zahl 100 hier ins Spiel bringen. Und wir werden über das Jahr verteilt. 100 Posts auf Twitter und LinkedIn raussenden. Und man kann die alle auch finden, wenn man auf unserer Seite, wissen was bei Diabetes zählt, Gesünder unter sieben geht. Und wem die sehr gut gefallen, der darf die natürlich auch jederzeit gerne retweeten. Ja, und deswegen wollen wir ganz kurz auch noch mal zum Thema Insulin und mit der Bitte um eine kurze Antwort Herrn Dr. Mielek fragen. Welche Rolle spielt Insulin in der Typ-1-Diabetes? Ganz klar, ganz klar. Ohne Insulin sind wir nicht lebensfähig. Es war sozusagen das Todesurteil bis 1921. Und der 30.07., als da die Hündin 70 Tage überlebt hatte, das Bild ging ja um die Welt, war das natürlich das Ereignis. Und deshalb hat der Herr Banding dann auch die Nobelpreis sozusagen schon 23 bekommen. Also heutzutage dauert das ja ewig, wenn man da so sich entscheidet, weil allen klar war, das rettet jeden Tag Leben. Und alle zwölf Kinder, die damals Insulin als erstes bekommen haben, sind weiter verfolgt worden. Ja, der Theodor Reider, der ist 76 Jahre alt geworden, hat also ein ganz tolles, bewegtes Leben. War ein bisschen überewiglich übrigens. Ja, das war immer so sein Problem. Aber ansonsten sensationell. Ja, Insulin in der Typ-2-Diabetes-Behandlung. Dr. Blüher, welche Rolle? Ja, also ich selber wäre ja gar nicht da ohne Insulin, weil das ja ein lebensrettendes Hormon ist, wie Dr. Mielek schon gesagt hat. Und wenn man in der Familie sozusagen Mitglieder hat, die kein Insulin produzieren, weiß man, wovon man spricht. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, auch für Menschen mit Typ-2-Diabetes ist Insulin ein großes Thema. Es bleibt das am stärksten Blutzucker wirksame Medikament. Und es bleibt das Medikament, was für viele Menschen nach Ausschöpfen aller anderen Therapiemöglichkeiten die sichere und effektive Alternative bleibt. Jetzt gehen wir nochmal rüber zu den Zuschauerfragen. Auch da bitte ich die Experten um Kürze, weil wir so viele Fragen gerade reinkommen, was uns natürlich sehr freut, aber was wir nicht alles am heutigen Tag beantworten können. Und daher verweisen wir gerne auf unsere Homepage Gesünder unter 7, wo Sie natürlich viele Informationen bekommen. Und wir werden später auch noch sagen, wann es uns wiedergibt. Frau Schäfer meldet sich. Warum steigt mein Zucker, wenn ich nichts esse? Ich esse einmal am Tag und dennoch ist jeder Tag komplett anders. Mittwochmorgen war es wie immer. Aufstehen, Kaffee, Arbeit, Zucker 196 steigend. Samstag Aufstehen, Kaffee, Arbeit, Zucker 72 fallend. Und ich nehme trotz Sport und einer Mahlzeit zu, Professor Blöhr. Ja, also die Regulation unseres Blutzuckerstoffwechsels ist relativ komplex. Und es gibt viele, viele Mechanismen, die uns davor schützen, zu niedrige Blutzuckerwerte zu haben. Das heißt, in Situationen von Hunger schüttet der Körper aus der Leber, aus der Muskulatur Zucker aus. Das erklärt, auch wenn ich hungere, warum mein Blutzuckerspiegel vielleicht ansteigt sogar, anstelle von runter zu gehen. Runter gehen wäre das Signal dafür, dass ich zu viel Insulin im Körper habe und nicht genügend Zucker als Reserve. Das kann auch passieren natürlich. Und das erklärt dann Unterzuckerungen. Aber man muss sich vor Augen halten, es ist immer ein Maß an den Hormonen sozusagen, die den Zucker senken, wie Insulin. Und ganz vielen anderen Hormonen, wie Adrenalin, wie Cortisol, also Stresshormone, die den Zucker anheben und dafür sorgen, dass aus welchen Organen, meistens der Leber, auch immer, wir immer genügend Zucker zur Verfügung haben, damit unser Hirn gut funktionieren kann. Also unser Hirn sagt uns am Ende, produziere an der und der Stelle Zucker für mich, damit ich gut denken kann. Und das können wir nicht aktiv steuern. Und man kann das auch nicht austricksen, so richtig durch Hunger. Herr Dr. Mielek, Ernährung ist ein großes Thema, das heute interessiert. Harald schreibt uns, ich habe circa zwölf Kilogramm Übergewicht. Mein Hausarzt warnt bereits vor Diabetes und schlägt eine Ernährungsumstellung vor. Reicht das aus, um Diabetes zu vermeiden? Oder kann ich einfach dasselbe, aber weniger essen? Also das ist schon mal gut, sage ich mal so. Also die Summe macht schon an Kalorien was aus. Ich würde das immer kombinieren mit Bewegung, damit der Stoffwechsel wirklich in Schwung kommt. Da gibt es so eine magische Grenze. Eine halbe Stunde, dann fangen nämlich so ein bisschen an, dass wir da in die Fettverbrennung mit reinkommen. Das zieht ja ein bisschen weiter nach. Da hat er erst mal eine Chance. Sicherlich müsste er sich fragen, Oma, Opa, Vater, Mutter, haben die Diabetes gehabt? Dann könnte man natürlich das auch untersuchen, ob er prädestiniert ist, dafür Diabetes mal zu kriegen. Dann kann man ihn noch weiter beraten. Aber auf alle Fälle zwölf Kilo Übergewicht. Alles, was der Körper nicht versorgen muss an Zellen, das spart er Insulin. Also spart er Patient dann natürlich viel ein. Letzte Frage von Frank Wagner an Professor Blühr. Welchen Einfluss hat Insulin auf die Melatolin-Erzeugung? Meine Beobachtung, nach Insulingabe kann ich zwei Stunden nicht schlafen. Ja, das ist eine super Frage, die so direkt nicht beantwortbar ist. Man muss allerdings sagen, dass sowohl Insulin als auch ein anderes Hormon aus dem Fettgewebe, das Leptin, indirekt natürlich auch auf das Appetits- und das Schlafzentrum eine gewisse, allerdings auch geringe Wirkung haben. Allerdings passiert das im Gehirn. Dass das sozusagen über Melatonin gesteuert wird, ist nicht so richtig wahrscheinlich. Die Daten dazu gibt es allerdings nicht. Man muss sich immer vor Augen halten, kann es sein, dass ich meine Schlafprobleme dadurch bekomme, dass mein Stoffwechsel durch Insulin aktiviert wird. Das ist die wahrscheinlichere Erklärung. Ja, sehr viele Fragen und vor allem sehr viele Antworten in unserem interaktiven Experten-Talk. Wenn Ihre Antwort jetzt nicht kommen konnte aus Zeitgründen, dann sagen wir Ihnen gleich noch, was Sie tun können. Zunächst aber möchte ich noch mal zu Andrea Klimtke-Hübner von Sanofi gehen, denn derzeit, Frau Klimtke-Hübner, gibt es eine Aktion, die nennt sich Diabetes Your Type. Also jeder Mensch mit Diabetes ist einzigartig. Was bedeutet diese Kampagne? Das bedeutet eigentlich genau das. Jeder Mensch mit Diabetes ist einzigartig, weil jedes Leben ist anders. Und wir wollen uns mit Informationen genau an diese Menschen wenden. Denn wir möchten, dass die Menschen mit Diabetes gut leben, dass sie mit ihrer Erkrankung einfach umgehen können und dass sie sie sehr gut managen können. Und dafür steht auch diese Kampagne. Und dazu gibt es einige Videos und Unterlagen, die auch wiederum auf der Website zu finden sind. Herr Professor Blüher, jeder Mensch mit Diabetes ist einzigartig. Was bedeutet das für die gesundheitliche Versorgung des Patienten? Wir können heute zunehmend mehr auf diese Einzigartigkeit eingehen, unter anderem durch ganz individualisierte Ernährungs- und Bewegungsempfehlungen oder auch durch moderne Medikamente, durch modernere Formulierungen von Insulin. Das sind alles Dinge, die wir auf jeden unserer Patienten individuell zuschneiden. Und damit geht es nicht nur um die Medikamente, sondern es geht um Lebensumstände, es geht um den Beruf, es geht um die Therapieziele. Wenn mein Therapieziel ist, ich möchte auf keinen Fall eine Unterzuckerung, weil ich zum Beispiel als Fernfahrer oder Busfahrer tätig bin, dann muss ich anders therapieren, als wenn mein Therapieziel ist. Ich muss unbedingt Gewicht reduzieren oder ich will alles dafür geben, dass mein Blutzucker so niedrig wie möglich ist. Ja, danke schön bis dahin. Wir sind auf der Zielgeraten unseres interaktiven Diabetes-Talks. Wissen, was bei Diabetes zählt? Gesünder unter 7+. Und ganz am Anfang haben wir ein noch recht weißes Bild gezeigt von unserem Graphic-Recording-Künstler von Volker Vogt. Und das ist jetzt schon zu einem bunten Bild geworden. Mal ganz kurz einblenden. Es ist noch nicht ganz fertig. Er gibt gerade noch den letzten Feinschliff. Und wenn ich so sehe, als erstes springt mir die 7 ins Auge oben links. Gesünder unter 7 steht es da. Und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, die Mitte, der runde Kreis. Menschen mit Diabetes sind im Mittelpunkt, sind einzigartig. Da hat er sozusagen gerade eben die Worte von vor einer Minute schon aufgegriffen, um daraus tatsächlich ein Schaubild zu machen. Oben rechts das Coronavirus, wenn ich das richtig sehe, was Sie ja vor allem heute auch interessiert hat. Frau Klimtke-Hübner, ein buntes Bild, um diese schwierigen Themen tatsächlich einfach zu präsentieren. Es war sehr lebendig heute, muss ich sagen. Und wir haben sehr viele Fragen reinbekommen. Und wir konnten gar nicht alle beantworten. Deswegen vor allem die Frage, wann geht es denn weiter? Und mit welchen Gefühlen beenden Sie heute diesen Experten-Talk? Also es geht auf jeden Fall weiter. Das hatten wir schon geplant. 24. Juni und 28. Oktober. Das sind die Daten. Aber ich muss sagen, mir ist jetzt auch echt ein Stein vom Herzen gefallen. Man weiß ja am Anfang nicht, sind wir auf dem richtigen Weg? Soll man es so machen? Kommen da Fragen? Wird da mitgemacht? Wir hatten vorher schon eine Pressekonferenz. Ich denke, das Interesse und der Bedarf ist tatsächlich da. Der ist sehr, sehr hoch. Und ja, wir machen also weiter an diesen beiden Terminen. Aber natürlich auch im Netz mit unseren Informationen, mit allem, was wir heute schon angekündigt haben. Ja, danke schön, Frau Klimtke-Hübner. Sie haben es gerade eben schon auch gesagt. Im Netz werden Sie auch weitere Informationen bekommen. Da werden wir Ihnen auch in den nächsten Tagen noch das Bild präsentieren, wenn es denn dann auch fertiggestellt ist, sodass Sie sozusagen unsere halbe Stunde Diabetes-Experten-Talk auf einen Blick sehen können. Deswegen ein großes Dankeschön an Sie, Frau Klimtke-Hübner von Sanofi. Ein Dankeschön an Dr. Carsten Mielek und an Professor Matthias Blüher, die uns heute sehr viele wertvolle Ratschläge mit auf diesen Weg gegeben haben. Und ich darf Sie auch schon gleich einladen, am 24. Juni 2021 wieder mit dabei zu sein, wenn wir tatsächlich dann auch in aller Kürze Sie informieren und dann natürlich auch Ihre Fragen beantworten. In diesem Sinne einen schönen Nachmittag und vor allem vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss.